Gedanke Ich bin der Gedanke, das gedachte Wort. Ich bin in jedem Kopfe und an fast jedem Ort. Ich bin sehr viele und schnell wieder fort. Ich bin die Überlegung vor einer Tat. Ich bin vor Aktion der gut gemeinte Rat. Ich bin sogar in deinem Traum, das innere Feedback im Verstandesraum. Doch bringst du mich zur Ruhe und bin ich dann fort? Bist du im Sein, einem göttlichen Ort? Über Gedanken nutzt kein Gramen. Hast du jemals nachgedacht über meinen Namen? Gedanke? Spargeist Spargeist Sparc South Spargeist Spargeist Vielen Dank.